herausforderung 49 letzter durchgang eine minute 52 das klingt nach gestern vielleicht jetzt echt hart aber ich glaube es ist machbar ich glaube es ist machbar und zwar muss man einfach vieles ignorieren zum beispiel interessieren mich die drachen jetzt gerade gar nicht ich mache hier drüben das frei dann mache ich das hier frei das gibt eine combo dann machen wir die grabsteine frei wir lassen die samen hier raus das ist wichtig die brauchen wir dann verbinden wir den für weitere samen hier oben die samen lassen da auch raus so dann nehme ich mir zwei davon setzen wir andersrum an machen das hier fertig dann habe ich den bereich auch da können wir noch mal samen rauslassen die kann ich dann mit fünften hier verbinden hier kann ich die vier oder drei zusammenbringen dann habe ich habe ich sowieso schon hier habe ich schon fünfer mehr wäre schon vorher gegangen dann haben wir die noch da drüben hier noch mal erweitern ganz schnell dann kommen wir an den grabstein ran dann haben wir hier die beiden samen serienbonus können wir mal hochjagen weiß ich nicht ob das was bringt da oben den grabstein habe ich müsste die wollte ich zusammenbringen die grabsteine zusammenbringen dann haben wir hier nochmal die samen machen das hier drüben fertig fünf stück die drei den darunter haben den baum können den baum hier rein legen schalten die statue frei schalten die statuen frei einmal rüber ziehen und fertig also man kann alles ignorieren quasi man kann alles ignorieren außer diesen kleinen samen und ja und den grabstein also die grabsteine einfach ein bisschen zusammenfügen dass man quasi mehr von den samen erstellen kann und dann geht es relativ easy peasy durch keine drachen keine hölzer keine prisma blumen interessiert uns alles gar nicht eine minute elf und ich glaube es geht schneller weil ich ganz am anfang irgendwie wieder ein bisschen rum gehudelt habe ja also gut machbar auf jeden fall mit dieser minute 52 brauchen uns keine gedanken machen wenn wir uns auf das richtige konzentrieren so sieht aus euch noch einen schönen sonntag und wir hören uns morgen wieder bei bei